Willkommen und willkommen zurück zu Sniper Elite 3 mit mir, Petrus von Free.de und unserem Waffen-Light-System, Jerry. Öfter mal was Neues. Ich glaube, wir wollen immer noch eine Menge Zeug kaputt machen. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum ich nicht, oder ich glaube, ich werde bestimmt im Vlog vor dieser Episode drauf eingegangen sein, weil ich das schon länger machen wollte, aber es gibt einen guten Grund, warum ich nicht bereit bin, mit Abonnenten zu spielen. Oder es einfach nicht mehr machen möchte. Der Grund ist nämlich folgendermaßen, wenn ich Zeit hätte, es zu tun, bin ich absolut müde. Und meine Laune geht so ungefähr gegen minus 3 Millionen. Sagt auf dieses Niveau, was wir jetzt gleich erreicht haben. Absolut grauenhaft, ja. Ihr kriegt das jetzt mal so live mit, wie das aussieht. Wenn ich einen kompletten Tag hinter mir habe, der einfach nur anstrengend war. Ich meine natürlich auch Spaß macht, aber trotzdem sehr, sehr anstrengend war. Und man dennoch immer noch gute Laune haben muss und so. Und hier kann ich das machen. Ja, meinem Bruder kann ich antampen, das geht, das ist in Ordnung, das tut mir weh. Aber ich kann das halt niemand anderem antun und da es da im Grunde genommen keine Ausnahmen gibt, weil ich wie gesagt, wenn ich dafür Zeit hätte, fast 100% müde bin und deshalb eher die Zeit zum Schlafen benutze, ist es halt eben einer der Gründe, weshalb es nicht so gut klappt. Also, ähm, ja. Mir macht es trotzdem immer noch Spaß und ich werde das hier auch bis zum bitteren Ende durchziehen. Oh mein Gott. Weißt du was ganz Schlimmes? Trotzdem kein Grund jetzt langsamer zu werden, also. Es ist voll die Munition für die Kanone ausgegangen hier. Wir haben nur noch 30 Schuss für unser Gewehr, das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Was machen wir denn da? Versuch's mit der Vailroad. Das ist silent. Ich schieße das Ding jetzt erstmal kaputt. Ja, und dann... Reiß die komplette Halle hinter dir, wo du bist. Ja, ja, das ist... Du stirbst. Ey, dein Pessimismus, das ist echt der Knaller. Weil wir haben gerade einen Treffer kassiert. Echt heftig. Du bist eine Blutfontaine. Du bist ein kleiner Blutbrunnen. Ja, wo steckt der? Ich komm nicht drauf. Alter, ich panagiere mich gerade auf, in den Kopf zu schießen. Okay, das ist ein bisschen knapp. Aber ganz ehrlich, wie ich da angefangen habe, dachte ich da drüben sei ein Mann in der Halle. Einer. Weil ich nämlich vorher schon von der anderen Seite ausgeräumt hätte ohne Ende. Von hier aus. Ja? Schieß doch einfach von da... Da rein. Geh doch gar nicht da rüber. Aber das ist die Munitionskiste, die wir jetzt erstmal ausräumen müssen. So. Jetzt kann man erstmal... Na klar. Mach ich das überhaupt? Stell dich dahinter. Kill das Ding. Da so hin. Oh Gott. Oh Gott. Warte, wie das halt aus der Ecke trinkt. Und jetzt... Hier, Alter. Jetzt kannst du immer noch wunderbar über den Pocken Canyon alle schlachten. Fantastisch. Endlich mal eine Idee mit Zukunft. Ja? Gut. Bisschen besser. Gut. Wo ist der nächste? Das waren noch eben 37 Stück. Gefühlte. Wo sind die jetzt alle? Köpfchen raus. Hihihi. Hat was für dich. Altzustellen. Ach. Das muss er sich erstmal durch den Kopf gehen lassen. Dass wir das zum ersten Mal hören jetzt. Ist eigentlich ne Schande. Ja, Alter. Der hat mich schon so ausprobiert. Spricht sowas von gegen uns. Das darf man eigentlich keinem erzählen. Oh Gott, ja. Das ist in der... Ich prophezeie letzten Folge. Passiert. Wie? Das ist die letzte Folge. Ja, selbstverständlich. Das... Wir müssen noch ein bisschen was machen. Also ich mein, wir sind hier noch eigentlich durch. Ich mein, wir haben doch hier jetzt die kleine Aufgabe. Wir sollen jetzt diese Facility hier infiltrieren. Sollen die Betriebsanlagen lahmlegen. Den ganzen Panzer kaputt machen. Plus den Generalkill. Aber den Panzer gibt's noch gar nicht. Die bauen den noch noch. Teile dessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So ein Böser. Doch, Gott. Jetzt nicht da runterfallen. Nicht da runterfallen. Einfach nur hier. Einfach nur. Einfach nur. Einfach nur. Warum laufe ich wieder zurück? Bitte erklär es nicht. Spiel einfach. Okay. Ich sag da einfach nix dazu. Bauch. Egal. Tod ist Tod. Oh. Kanate. Triple kill. Shit. Der war gut. Könnt ich das in meinen Zeitlupe sehen bitte? Leber. Leber. Großes Ding. Der wollte nur der Munster und die Elbes tanzt. Der Wüstengeist hat von Sicht in die Quere kommen. Ich bin der Wüstengeist. 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 Ja, das ist immer besonders toll, wenn ihr vom Feind bekommt, weil da muss ja echt was dran sein. Ich hab's ja selber nie so im Grunde, aber... Der war nett, oder? Ja? Abgepasst, ohne Ende. In your face. Und nicht direkt im Vokal. In your... Indisch Red Hat. Endschon. Sagt er auch. Mittlerweile ist es soweit, dass ich nach jedem Kill, der geklappt hat und mich nicht danach beschossen wurde, den Save machen ist. Ist schon echt arm. Aber... Ansonsten... So funktioniert das Spiel halt. Man wird ja quasi den 12 ausgefordert, ja. Hast du den Überblick noch? Müssen wir da hoch? Ja, gut. Du bist auf dem richtigen Weg, sonst hättest du schon längst geheult. Okay, 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 okay. Das hier werden wir jetzt die Accessential Charge, die wir setzen. Und jetzt müssen wir uns hier wahrscheinlich rausschießen wie kein zweiter. Jetzt werden wir hier unten, er hat doch gerade gesagt verstärkte Patrouille, den Spitzorten. Vollgasvoll sein mit Typen. Oh Gott, das Ding hat zwei drauf. For what? Unten drunter stehen noch zwei Typen. Wie zündet man denn den Shit jetzt eigentlich? Wollt ich das mal von drum drauf schießen oder ist das gefallen? Erojob. Das hätt ich jetzt nicht gemacht. Niemals. Nimm den nächsten. Nicht nach allem, was wir mit der Scheißwaffe schon alles erlebt haben. Unfassbares Scheißding. Das war jetzt auch total befriedigend. So richtig so, wie zur Bestätigung, dass es halt auch was kann. Versteckte Patrouille. Die erledige ich jetzt mal mit dem Gewehr. Weil hintereinander. Weil ich will hier auf den Double Kill raus. Das war voll gut. So. So. Oh Gott. Ehrlich? Das ist wieder der Scheißding. Dieses blöde Typen. Ich muss jetzt erst aufstehen und... So Scheiße gemacht. Ja, guck der hab ich zweimal schön direkt vorgelegt. Oh mein Gott. Ist ja nicht so, als hätten wir keine Munizierung. Aber da zwischen den. Klar. Wir halten tue ich schon. Der war easy mode. Der ist ja. Völlig einfach. Anderes Shit war schwierig, man. Wir haben wirklich nur noch 18 Schusses. Das ist richtig. Ja, geh. Ist ja eine Wahl. Ja klar. Müssen wir uns halt irgendwie... Müssen wir halt ein paar LP40 klauen, wenn die Jungs hier so rumlaufen und dann damit... Hast du hier irgendwann schon ein Sturmgewehr 44 gesehen oder so? Gibt's aber auch nicht. Naja. Ich hab noch kein 98er Kader gesehen, was mich total stresst. No way. Nee, das war kein echtes Duell, wenn wir ganz ehrlich sind. Das waren zwei Schuss. Ist er das? Coole Klamotten. Schick gemacht. Du und ich. Wir sind die Silve-Schützer. Ein bisschen arm. Ein bisschen arm. Hättere Gold auf. Wir lieben unsere Arbeit. Wir sind nicht das gleiche. Ah! So geht das Ding los. Mit dem man irgendwie nur wartet. Wir sind gerade durch den Boden durchgeglitscht irgendwie. Das war ein tolles Aufzug. Ist er jetzt tot? Ah! Ja, bestimmt nicht. Hab ich jetzt irgendwas verpasst? Uäh! Hä? Oh Gott. Jetzt fahren wir ja ganz nach dem Boden. Kannst du nicht anfangen zu schießen? Was? Mam die Ehm! Der Umjob! Ha! Was? Schießt er was auf uns? Was? Sollten wir machen? Du sollst da an die... Drehbäcke kaputt machen oder was? Nein! An die Stützen sollst du Dings anfangen. Achso. Ja. Ja. Was ist wiederum gehört? Wir müssen jetzt echt mal mit der... Tobi gerne rumlaufen. Speichern mal. Es ist viel zu weit gekommen um nicht zu speichern. Ich hab ihm aufzugeben schon zweimal gespeichert. Der Panikfinger, der macht das schon. So, mal sehen wie genau das Ding zum Snipen da ist. Mal Kopf hoch. Der ist sonst nicht leer. Okay, das ist ziemmlicher Shit. Erf truc- ich denn mit Wetzeln hin oder... Okay, das geht. Uh 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 uh. Okay. Ja, ich laufe. Move! Move! Oh, hat er diese Landung plötzlich. Zaumba-Ami mal. Zaumba-Ami. Der beschwert das aus seinem Hintern. Hey, guck mal, das sind diese Kisten hier von... Indiana Jones. Ja, genau. Die Bundeslade, ich weiß es genau. Hier, da sind ganz schön viele Stütze und so'n Zeug hier. Und so Plattformen, da geht's bestimmt gleich voll ab. Da komm ich bestimmt nicht so durch. What was dat? Oh, nicht wirklich, oder? Ich versteh, warum ich nach innen gewonnen muss. Außen mal so einfach. Oh, okay. Was? Oh Gott. Sprechern, sprechern, sprechern. Das wird richtig bedäheb. Die Mini-Garte ist denn vor. Ja, ich glaube, ich steck mich. Oh Gott, das ist ja auch noch eine leute Aufgabe. Okay, ich glaube... Warte mal, ich muss ganz kurz... Medikit... Ne. Lohnt sich das schon? Oh nein. Dafür haben wir noch keine Wandasche. Ich hab' mal zwei verloren. Kämpf! Boom! Ohne Luft. Kannst du denn auch mal zwei, drei von denen suchen, wenn du die alle geschlachtet hast? Kriegst ja nicht. Dabei ist auch ein bisschen... ...britischer einzusammeln, ja. Ganz ehrlich, hast du gesehen, wo die anderen Sternchen sind? Ach, da oben. Na? Doch, doch. Da. Das hier ist auf meiner Ebene hier. Ja, dann geht ein. Also so. Oh. Ich finde, du solltest die einfach ignorieren, solange die nicht voll sind. Die schießen auf mich. Ach, das hätte so schön ein Doppelkill sein können. Warum ist diese Spielschick grausam? Scheiße, scheiße. Uuuh! Zum Glück kann dir das noch weniger als ich. Stört, bitte. Fall einfach rum. Ich hab so wenig Munition, dann musst du einfach beim ersten Treffer tot sein. Und du genau so. Geh auf, Körperschüsse. Ja. Das ist wirklich... Todes Tod. Gott, wie viele da rumhängen. Ey, jetzt geht ein Schuss mal runter. Okay, das ist das letzte Magazin. Guck mal genau, ein Magazin der Knode. Boah. Guck mal genau, eins in den Tommy Gun. Super. Okay, das wird's richtig geil hier. Der hat neben mir doch echt... Habt ihr das gesehen? Ne? Der hat mir ihre eigene Fabrik hochgejagt. Der hat das neben mir gewischt. Oh, der Windische. Das wirst du doch eben schon. Das war doch nicht dein letzter Speicherpunkt. Doch, da auch nicht. Zehn Schüsse im Magazin, siehst du? Genau hier. Da waren wir. Alles so großartig viel weiter. Es ist so feinlich, das hier zu tun. Also ganz ehrlich. Es ist mir egal, wo Hei ist der Gegen. Da guck ich nicht. Was ist denn du jetzt getroffen bist, bist du voll? Oh, was war das denn? Oh, bitte. Ey komm, setz das Ding dahin. Und geh hin hier nicht, ohne zu töten. Ich bin gleich wieder tot. Ich bin gleich wieder tot. Das kannst du nicht machen, das sind zu viele Leute. Ja. Er ist unten lang. Das unten lang bist du nicht nur noch zu sammeln. Oh, was. Alter, das geht nicht. Hinter dir liegen zwei Tote. Lauf. Und in dem Raum war ja auch noch einer. Ja, 20 Schuss. Das hat sich schon mal geholfen. Geh noch in den Raum ein. Direkt nachdem ich mich gehalten habe, weil ich gerade drei Punkte los bin. Ja. Okay, noch jemand fragt. Kannst du da anhalten? An dem Ding? An dieser Munition? Hast du alles voll für deine Waffe? Du hast aber hier einen Knopf drücken, komm. Kannst du mal einfach auf den Gewehr wechseln? Ich weiß gar nicht, wie viele Munition haben. Kann ja nicht sein. Warum ist da so eine fucking Kiste? Kannst du das wirklich wollen? Tja, da ist deutsche 875 TS drin. Keine British 303. So, wo sind die jetzt alle hin? Warum kann ich die denn jetzt nicht von hier aus alle wegschnipseln? Oh Gott, da ist der nächste. Wo macht der gerade? Das ist niemand. Ki. Ja, ja, ja. Was ist die jetzt alle? Ey, eben hat noch die halbe Welt auf mich geschossen. Jetzt ist er aus. Ah, wo sitzt zum Beispiel einer. Warte mal, wir haben uns gerade relocated, glaube ich. Ja. Gerade auch sitzt einer. Ja, der hat sich gerade bewegt und sitzt jetzt nicht auf. All clear. Habt ihr gesehen? Ja, all clear. Geh einfach nicht. Ich schieße jetzt nicht drauf, sondern setze jetzt erstmal diese Charge. Ja. In der Hoffnung, dass wir das mal kurz unbehelligt tun können. Und speichern. Gut, dass wir da jetzt geräucht haben. Äh. Da wurde jemand gefunden. Ganz egal. Ja. Das ist ja eine Maschine, die Kraft macht, oder? Kann keiner erzählen, dass diese Scheißmaschine irgendwas überdeckt. Ach komm. Sei es drum. Ehrlich jetzt. Die schießen sowieso früher oder später wieder auf. Da hab ich mal anfangen. Bewillig dich, bewillig dich, bewillig dich. Noch was zur Zeit zum Überquete. Oh Gott. Rechts. Rechts. Alles voll. Thompson. Da musst du hin? Da auch? Stopp, stopp, stopp. Du such die. Du such die. Ja, ja, klar. Ich bin fast wieder ein Leben dazu geworden. Genau. Rückzug. Jetzt habt ihr's verstanden. Landmine. No. Planate. Keine Munition. Fast noch zwei. Noch zwei was? Achso, Fleisch. Ich dachte gerade, zwei Schuss. Jetzt haben wir eine echte Panikattacken gekriegt. Rückzug? Ich glaube schon. Okay, das ist noch drei. Das ist eigentlich richtig super. Puh, stattdessen irgendwelche Kriegsverbrauen hier dauert. Okay, das ist noch drei. Das ist eigentlich richtig super. Es sind die Würbe so rausfetzt. Ah, oh mein Gott. Okay. Okay. Komm schon. Ah, lecker. Warte. Aber da sind wirklich Karten. Ne, irgendwas. Oh, da hast du einen für die Weltrotten gekriegt. Hey, hey. Einen? Ich speichere hier um die Ecke nochmal. Ja. Okay. Dann da hoch. Oh, ein bisschen. Schön. Schön. Sehr flüssig. Ja, ich glaube, das war das Wort. Flüssig. Sieht so aus, es gehört so. Der nicht so. Also, wir haben keinen Platz für solche Info-Strendungen. Haha. Das ist richtig. Au. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn? Ich schieße nicht mehr ins Geländer. Ich weiß jetzt, ob ich aufstehen muss, wenn ich euch haben will. Das Gelenk rausgeschossen. Oh, wow. Wow. Boah. Okay, hier unten geht's kreif voll ab. Ja, da muss man sich. Oh, der ist gut hier. Weißt du, du hast keine Wirklichkeit nicht getroffen zu werden, aber egal. Nice. Sei es drum. Okay. Okay. Ja, okay. Irgendwo reden. Bewegung. Die schaffen das jetzt noch in einer Folge. Ich bin völlig sicher. Ja, okay, okay, okay. Tu es. Ich, ich, ich eile. Oh, ich eile. Oh, ist er das? Ja. Scheiße. Da ist doch nur der. Sieht ein bisschen aus wie die Mammutpanzer vom Norden. Oh nein. Was nur noch? Set a charge on a rattle. Ja. An dieses riesen Ding. Der ist ja wirklich ein bisschen groß geleitet. So, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Nee, nee, da vorne lang. Ja? Ja, ja. Sorry, jetzt hab ich mich verfallen. Gut. Ich gebe irgendeine Leiterung. Sieht ziemlich treffend aus. Okay. Gut. Ja, ja. Hängt jeder drüber rum. All clear. Ja. Das war der Plan. Okay. Ich werde jetzt keinen anlocken. Oh Gott. Oh Gott. Das ist sehr lange Leiterung. Siehst du das? Ja. Alles total. Das können wir doch am allerbesten. Warte, warte, warte. Kannst du da hoch, wo du jetzt neben stehst? Natürlich nicht. Vorher wir uns unglücklich machen. Ja. Und ihr meint wirklich, dass ein solcher Charge jetzt reicht, um dieses Ding hier komplett zu definieren? Wenn du den Dachkragen noch kaputt machst. Ja, krass. Bisschen, Alter. Bisschen größer als ein Schiff hier. So was Irres. Wir machen so ein Konzer. Muss ich jetzt da reingehen oder was? Bestimmt wie ein U-Boot. Ich muss da nicht reingehen. Gut. Da an. Da. Da setzen wir das an. Und das macht das Teil kaputt. Dieses... ...Monstrum. Okay. Gut. Wenn ihr es wollt. Wo soll denn das langfahren? Wer, wer soll denn das überhaupt angst? Wie soll... Alter, das Ding hier. Du guck. Hänseln. Check map. Ein Sternchen. Das ist ja nicht weit weg. Das ist quasi hinter uns. Das ist nicht weit weg. Da steht wahrscheinlich nur alles zwischen uns. So wie bisher halt. Und vor allem ist das oben oder unten. Such das mal. Ja. Das ist gut für den Stern. Das ist irgendwo angezeigt mit der Shit. Ich sehe gar nichts außer... Ist da aber da hinten oder nicht? Da müssen wir raus. Macht ja auch Sinn. Ja, dann lauf. Okay. Wo gehts da runter? Hinter du. Ja. Oder da vorne. Geht da vorne. Das sieht sauber aus. Okay. Ich hab noch was rein. So. So sieht aus, jetzt wäre da viel. Ne. Sieht ganz gut aus. Ich hätte direkt Lust nochmal zu speichern. Ne. Macht Sinn. Ne. Ne. Boa Haaaaaaaaahaaaaahaaaaahaaaaaaahaaahhhh... wieso schiest der? Warroad test. Er hat der jetzt gerade an die Höhle zugeschossen oder so, ob ich teise das ja auch nicht mehr rauskomme. Und die laufen ja ganz gut schön lange. Alles gut, voll in unsere Richtung geschossen, alles cool. Ja schön, die Wehrot auch nochmal in Einsatz. Klassiker, wirklich Klassik. Speicher. Ehrlich. Trotzdem, die geht auch so viel. Ah, das geht schon. So, der Rest ist für die Granate. Ege getrieben, ja? Stört. Lauf, Junge! Ey, wenn ich auf Sprint drücke, dann meine ich Laufen. Schnelles Laufen. Ich bin ein Ghost. Ich bin ein Ghost. Ich bin ein Ghost. Ich bin so ein Ghost. Ich bin so ein scheiß Ghost. Mega Ghost. Super Ghost. Super Ghost. Ultra Ghost. You won't get me Ghost. Super Ghost. Peinlich, aber... Okay. Ein bisschen verstecken spielen mit denen, da ist noch einer. Da war noch einer. Wie mit der Medizin, das so. Wer heilt hat recht. Check die Map. Wait a minute. Erstmal save. Haha. Und loot das, was ja noch in der Medizin gerade schon da ist. Oh! Ist das überhaupt unter uns? Für uns. Boah, bitte gleich. Nein, nicht so über uns. Da ist noch ein paar Millimeter. Ich muss die Jungs jetzt leider ausräumen, weil vielleicht brauchen wir noch Munition für unser Nothing-Fa-Auto. Deswegen stehen die hier draußen. Ah, es ist eine Munitionskiste. Bitte? Hinter der Kiste direkt da ist. Ach was? Ach was? Ha! Aber keine Munitionskiste, aber... Ähm. 15 Schuss. Besser als 0. Ich wusste nicht, dass uns jetzt hier nichts hinterherkommt oder so. So! Und ob wir es jetzt schaffen, das schauen wir uns gemeinsam das nächste Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wem dieser Kill gefallen hat, leichter lassen. Wer was zu sagen hat, kommentieren, wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich hatte es so gehofft, dass wir in dieser Mal was sagen. Wir schaffen es schon auf heute. Ciao. Willkommen, willkommen zurück zu Sniper Elite 3 mit mir. Petrus von Queed.de. Und unserem... Mir fällt nichts ein. Mit Erik! Hello there! So, dann los geht's weiter jetzt. Jetzt müssen wir es aber ehrlich schaffen. Oder komm. Das muss jetzt der Rest. Muss jetzt in einer Mission laufen. Das sollte jetzt auch nicht mehr so tragisch sein. Ey, ernsthaft, wenn das jetzt nur noch das ist, dass wir das sprengen, dann lache ich. Dann lache ich. Als wenn wir jetzt dann noch so eine 2,5 Minuten Folge draus gemacht haben, um das jetzt noch zu zeigen. Dann lache ich. Ich wage es ja zu bezweifeln. Ich glaube, wir müssen auch den General killen oder so, weil der bei der Explosion noch nicht ganz gestorben ist oder so. Okay, das hier ist dieser riesen Panzer. Hoch zielen. Hoch zielen. Hoch zielen? Ja, da wo rot ist. Okay. Jetzt müssen wir es dringen. Jetzt dürfen wir es auch kaputt machen. Auch nicht. Ich schieße einfach mal drauf. Sieht cool aus. Sie sah nicht verkehrt aus. Oh, das sind Geschosse. Junge, Junge. Ein Haufen Geschosse. Es kippt. Warum sollten sie das tun? Warum sollte das den Panzer kaputt machen? Warum ist er jetzt da plötzlich? Ich spüre es. Ich versau da was. Warum bauen die 1000 Tonnen Stahlpanzer wenn er von so ein paar Geschossen kaputt gehen? Sorry. Leute. Wir Arzt. Das Helm. Was? Das ist ja jetzt so ein Schwachsinn. Was? Hat er da gerade für die Patronne reingestopft? Alter, diese Story ist so daneben. Das war's jetzt, oder? Habe ich eben gewitzelt mit 2-35-Folgen? Warte. Ich hänge das einfach an die Letzte. Das passt schon. Das passt schon. Das ist dann so ein bisschen wie das Ende vom dritten Teil, vom Hobbit, von Herrn der Ringe, wo sie 15 Mal in Schwarz übergegangen sind, alle angefangen haben zu klatschen und so. Okay, unterhalten wir uns kurz über die fucking abgefuckte Fig-Story. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ja. Nehmen wir mal Call of Duty. Call of Duty ist bekanntermaßen nichts als ein etwas modifizierter Rail-Shooter, wo man einfach stupide in einem Pfad nachläuft, wo man so ein Stück vorgeht, damit die Gegner nicht mehr spawnen, und das ist im Grunde genommen alles, was man in Call of Duty tut. Aber die Story bei Call of Duty ist fesselnd. Jawohl. Die ist emotional. Ich kann mich noch genauer erinnern an erster Teil von Modern Warfare, wo diese fucking Atomwumme hochgeht. Oh Mann. Wie man einfach alles hat zurückgegangen und bam, das war der Hammer. Klar kann man das nicht immer wiederholen, aber ich weiß zwar nicht die Namen jetzt unbedingt von den Akteuren, aber ich weiß, dass ich eine emotionale Bindung zu manchen von denen hatte. Ich wusste, dass ich sogar eine emotionale Bindung zu meinem eigenen Charakter hatte, den ich in vielen Missionen gespielt habe, weil man die ja oftmals auch von außen gesehen hat und nicht einfach immer nur ein und derselbe mehr oder weniger arg austauschbare Dude war wie er jetzt. Hast du... Nusser Rande. Weißt du, wie unser alter Ego geheißen hat? Nein. Dass wir jetzt stundenlang über den Blutschern überstehen. Keine Ahnung, Mann. Okay, gut. American McDougal, I don't fucking care. Mark Wahlberg. Was weiß ich, ey. Also, emotional, no, überhaupt nicht, gar nicht. Fesseln, nein, überhaupt nicht, gar nicht. Ich hatte nie das Bedürfnis zu sehen, wie geht es jetzt weiter, weil uns wurde in jeder Mission gesagt, wie es in der nächsten weitergeht. Hatte ich Spaß? Ich schon. Das hat nichts mit Spaß zu tun, weil Tatsache ist, hätte ich es alleine gespielt, ich hätte mich in den Arsch gebissen. Ziemlich, ja. Ich weiß, für dich, du magst die Sniperly 3, insofern ist es einfach was anderes, weil es da um die Mechanik geht. Und die ist zugegebenermaßen gut gemacht. Das Problem ist einfach nur, dass alles um die Mechanik drumherum einfach nur irritierend komisch ist. Nicht unbedingt abgrundtief schlecht, aber furchtbar irritierend. So irritierend, dass es im Grunde genommen keinen Sinn ergibt. Und das ist schade. Da ist viel verschenktes Potenzial drin. Ich frage mich halt immer, irgendjemand schreibt den Shit, ja. Irgendjemand denkt sich das aus. Warum kriegen die denn jemanden, der Talent hat? Was aber jetzt passiert ist. Also, naja, nun. Gut, dann vielen Dank, dass ihr mit uns die Reihe durchgeschaut habt. Es war uns eine Ehre. Und ich bin verdammt froh, dass ich jetzt nicht weit darf. Ich wünsche euch noch einen schönen Abendstag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Bis dann mal. Ciao. Oh, egal.